Uff Hey Es ist ne Leistung als Fans das wenig zu haben Wird er komplett drauf gehen Oh, aber der Map hier Legitim Versa M3 Ist ne Healing Waffe Uff, deswegen ist die Superverse Ja, brauchst du nicht Ich bin doch nicht dumm Was soll ich damit machen? Nein, NPC sein Oh Oh, ne neue Pumpen Oh, die Preacher ist aber Joa Ist ja aber trotzdem schlecht Was soll ich damit Trotzdem schlecht die Waffe Sieht gut aus, aber trotzdem schlecht Nein, nein, die ist besser geworden von den Stats her Jetzt so meine ich Die hat fast ihre maximalen Stats erreicht Aber schlechter als meine Waffe Die nicht mehr annähernd gute Stats erreicht Sie ist einfach an sich schlecht diese Waffe RIP RIP Ist das die Hälfte der Feuerrate oder so? Das ist schlecht Das ist ein DEEP Web Uff Uff, das ist die Wenn wir mal die Fenster aus dem Netz rausholen Uff Die sind in den Waffen Die sind in den Waffen Die sind in den Waffen Sie sind in den Waffen Sie sind in den Waffen Die sind in den Waffen Uff Verlierer sind aus der AP Muss ich nicht anschließen, damit die Sterne sind Die werden rum Die Monisten kommen aus den Waffen Die Waffen Sie werden immer kommen Wenn wir nicht den Waffen Die Waffen Die Waffen Sie sind in den Waffen Das ist ein Dänker Die Waffen Das ist eine gute Nachrichten für die waffen die Errechte die in den Waffen Die Regierung hat zu gewinnen Du hast 4 aus 4. Oh, die Welfe angegriffen von Aliens, dass nicht einfach sich jeder freiwillig meldet, ergibt schon keinen Sinn. Aber was bringt einem das Geld, Junge, wenn alle Menschen bald ausgelöscht sind? Da gibt es doch keinen Sinn. Als würde man sich danach richten, ob man da Geld bekommt. Junge, je größer das Netz, umso höher der Schaden, das macht Sinn, oder? Ja, mehr Kräfte wirken da auf dich ein. Mehr saftige Kräfte und Säfte. Mehr saftige Kräfte und kräftige Säfte. Die sind jetzt aber auch 100.000 Leben, das ist total geil. Was, das Netz? Ja. Wo siehst du HP von dem Netz? Na, keine Ahnung. Wenn ich mit der Lanze ungefähr 5 mal drauf schieße, bin ich ja schon bei fast 100.000. Oh. Ich komme nicht aus diesem Netz, ich muss dich aus dem Netz hier befreien. Ich stehe jetzt so lange auf das Netz, wirst du gefeilt. Jetzt ist ja auch gerippter Fancer. Oh, wir sind die Valiant, die wir uns singen. Wir sind die Alpha-Team mit Passion und Kamraderie. Jetzt wurde ich von der Ameise gegriffen. Oh, nein. Diese roten Ameisen sind immer noch Gifte für unsere Soldaten. Und zum Beispiel sind auch diese Baba-Aren-Männer, die nehmen nicht die Loot-Boxen auf und so. Ich bin der einzige der Loot-Boxen aufsummelt. Obwohl wir ein Fenster und zwei Wing-Diver haben. Ja, ich würde ja. Ich würde ja. Oh, Junge, ich darf nicht hier das Netz brüllen. Uff, weiter geht's. Die Anker sind wohl schon alle kaputt, wie ich sehe. Ich sehe gar nicht. Das ist fast mein Team. Also, ich sehe eine Menschesmüse verletzt. Jetzt nicht mehr. Ich habe ihn geheilt. Ich habe auch eine Heilwaffe dabei. Oh, das ist gut. Die Slaughter E2-2-TS. Oh, das ist ja nicht mehr verletzt. Der Lach muss doch nicht wieder verletzt sein. Naja. Du musst mal als Ranger die Heilpistole mitnehmen, plus das Item, was NPC-Heilung erhöht. Dann hat er die NPC einfach alles machen lassen. Das funktioniert bestimmt. Ja, ich habe gerade der Fenster angeschossen. Was denn aussieht. Oh, ich töte den jetzt. Nein, der geht zu schnell weg. Junge, der hat beide Dash-Geräte mitgenommen. Der hat irgendwie sechs, sieben Dashs oder so. Da kann man, das ist richtig gut. Und wenn man. Da kann man. Das ist richtig gut.